Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Trouble in Terrorist Town. Mit dabei sind diesmal eine Menge Leute, die Navoka, der Weeper, dann der Cyberbot, der Flory, selbstverständlich der Jojo, ich möchte mit Deete angesprochen werden, der Deete, der Snay und natürlich Echse. Hallo, Verscheidung Wanderer, was weiß ich mal in der ersten Runde, müsst ihr wissen. Ah, Fresh Meat. Oh, meine Facecam funktioniert wieder. Ja, ja, dann mag ich dich. Nein. Oh Gott, ich hab mir heute auch eine Webcam gesagt. Das ist feite Horror. Du hast jetzt umgestellt, dass man nur zwei Twitter hat, ne, wahrscheinlich. Theoretisch ja. Glory? Ja. Ich möchte dich gleich irgendwie abknallen. Warum hat er dich nicht so im Türrahmen? Das sind deine Minuspunkte. Das ist mir völlig egal. Okay, da bleibst du stehen, da bleibst du stehen. Hörst du mich nicht lachen? Nein, du bist schön, dass die Kauter ist. Warum? Er meinte ich da. Nicht da, wenn ich mir nachkomme. Okay. Sprennst du. Einfach, weil ich es möchte und weil er mit F anfängt. Solange die Greed nicht da ist, müssen wir ja irgendwie die Tradition beibehalten. Die Tradition muss leben. Flory, du bist für einen guten Zweck gestorben. Hallo, Navo. Genau. Aber er wurde vom Deete erschossen. Warum? Überall im Blumen. Er war ja inno. Er war inno. What the fuck? Wer ist denn da passiert? Ja, und ich hab ihn gefragt. Ich check mich, was er da ein ging. Warte mal, ich geh mal. Alter, Hühner! Hühner? Hühner? Weg, weg, weg. Hier ist noch ein Hut. Wo? 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 Alter! Wo ist der Deete? Lebt der Deete noch? Ja, da drüben. Angriff der Killerhühner. Wo sind sie? Tot. Das sind alle Hühner oder so. Da ist ein Mr. Vanva. Ach, Hallöchen. So, und Cyberbot hat mich angeschossen. Hab ich gesagt, Cyberbot hat geschossen? Ja, Reaper, Cyberbot hat mich angeschossen. Ich hab dich überhaupt nicht angeschossen. Dead Ringer. Lügt noch ein bisschen schlechter. Ich bin hier hinter euch, hallo. Reaper, ich bin nicht im Dead Ringer. Schau mal, wer ist ein Dead Ringer? Ich hab zumindest einen Dead Ringer im Haus gehört. Zumindest kam er aus der Richtung. Ach so, jetzt hat jemand Dead Ringer angemacht. Oder jemand hat in eine Steckdose gefasst. Das hört sich ja ähnlich an. Echse, warum hast du so gehittet? Ich bin runtergefallen aus dem Fenster. Als ob? Ja, ich bin wirklich aus dem Fenster geworden. Wie kann man so inkompetent sein? Echse, hinter dir. Geist. Wow! 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 Wenn du dir Geister folgst, tauchen Geister vor dir auch. Löcheln. Ähm, Nao, darf ich mal ganz kurz durch, bitte? Mann. Ich bin da nicht rein. Ich gehe raus, die Geister, die nerven mich. Mann! Der Geist... Sorry! Wer wird eigentlich getötet, wenn der Geist dich geht und du Mirrorschelter hast? Kein Plan, vermutlich keiner. Der Geist wird getötet, weißt du. Aber der Geist ist doch schon tot. Nein, nein, nein. Geh da rein! Sag mal, wo taucht denn der Geist in diesem Haus bitte auf? Hat der Jojo? Boah, jetzt presse ich den Couch. Das ist alles Prefire, Reaper. Okay. Baut sich. Der scheiß Geist hat die Unreicht. Willst du den Knopf drücken, Nabo? Nein, ich will das Ding da rein. Ich finde keine Munition mehr für meine Pistole. Und warum ist da hinten immer so ein Lichtstrahl? Guck mal, der Paster. Das ist ein Blitz. Jo, steht. Das ist ein super Gestalter, der Blitz, muss man sagen. Oh, Exe, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du schon wieder irgendwo untergefallen bist. Das war irgendwie nicht so Speicher-Coleanas. Der Geist hat mich doch grad nicht verfolgt, Mann. Ich hab mir mehr erwartet. Also, sorry, der Geist hat mich verfolgt. Dann war ich gesprungen, aus dem oberen Stock wegzuspringen, weil ich nicht so rumwarte. Der Geist hat mich verfolgt, das klingt ein bisschen wie Geschichten aus dem Polaner. Wer Exe-Tot-Box kriegt ne Golden Diegel. Ernsthaft? Ernsthaft? Wer hat denn da seinen Namen gewechselt? Ich bestimme nicht. Er war T. Er war T. Er hat mich angeschossen. Ach, schade. Gib dich mal vorbei. Äh, Flore, wenn du nen Namen gewechselt hast, dann werde ich dich gleich kurz raus aus dem Band nehmen. Ich geb ihm so ein Glockwortklick. Nee, ich wollte mir Spaß erlauben eigentlich, aber gut, dann lass ich das doch lieber. Ja, du bist jetzt im Moment, bist du in der Bandliste drin. Ja. Ich nehm dich gleich raus, obwohl die Runde vorbei ist. Ja, sorry, ich hab nicht gewusst, dass du die Bandliste da hast. Dauert ja nicht mehr lange. Ja, ist ja das blöde Menü. Hallo, Jojo. Hallo. Ich wollte mir eigentlich einen Spaß erlauben und meinen Namen weg sind zu... Also, wann war, ne? Du bist... Ich versuche immer dich rauszufinden, aber das ist in so einem Haus. Du musst du gleich mit der neuen Freizeit. Nee, ich scheiße nicht wegen, weil Jojo mich dann abknallt, weil ich am Anfang F habe. Na, wo? Bleib auf Abstand. Oh, oh. Da ist wieder ein Geist gewesen. Der ist nur kurz aufgetaucht. Das Weib taucht immer nur kurz auf. Ich bleib da mal Flore mit V. Ja, wer ist mit V? Nee, aber ich muss ja trotzdem den Namen wechseln und trotzdem werde ich dann wieder gebannt. Also, lieber bleib ich so, wie ich bin. Also, entweder bin ich verrückt oder ich höre irgendwelche Stimmen. Aber ich war ja eh tot. Ja, ab und zu haben wir ein Stimmen hier, das ist halt normal. Okay, das ist gut. Äh, das war ich. Der ist gerade durch dich durch einfach. Ja, ja, ich weiß. Hi, Wann. Hallo, Cyber. Weil, na wo hat sie die Leiche vom Traitor mitgenommen. Äh, Alter, das wäre mir halt der Schrei. Geist, 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 Geist. War ja die Pappgeist? Ja, du Gammgeist? Ich kann doch Cupcakes. Äh, warum schieb du auf mich, Alter? Obwohl, wann? Man lebt ja auch noch. Ja, Cyber steht direkt vor. Ja, Jojo hat gerade direkt auf mich geschossen, einfach. Äh, Flori, der Band ist entfernt. Schade, das ist der Spaß. Was ist denn los? Was ist denn der wahre Jojo? Funktioniert er jetzt? Du kannst jetzt connecten? Ja, ja, ich weiß. Wie heißt der bitte? Der hat mich der wahre Jojo genannt. Gib ihm gleich das wahre Jojo. Jojo, der doch mal auf mich schießt, ne? Ja, komm, dann wette dich mit Wanha. Ja, ja. Du musst so ganz schnell gehen, also keine Sorge, ich komme gleich wieder da. Dann heil mich wieder hoch, ich habe 21 HP von 100 vorhin noch. Dann habe ich immer halt eine andere Idee. Nein! Wenn ich wieder am Leben bin, vorausgesetzt. Oh, scheiße. BAN! Weil Jojo unbedingt, unbedingt anfangen muss, ne? Hallo! Wo, wo, wo? Ich sehe nichts. Ich sehe den Gegner nicht. Er sieht dich aber. Oh, Wanha! Boah! Jojo, weil du instant auf dich geschossen hast. Es tut mir leid. Ich habe alle meine drei Credits wieder ausgeben. So, ich hoffe, du bist stolz auf deine Minuspunkte. Weil du hast jetzt nur noch 567 Karma. Und ich habe Snake geprobt, das war schön, ich habe Snake silent geprobt. Ja, ich weiß. Das Blöde ist, dass ich, als ich Snake geprobt hat, aus dem Fenster geschwungen bin. Das Riefer war halt einfach ein bisschen doof. Genie. Ja, ich bin aus dem Fenster geschwungen, ich wusste nicht, dass es so tief ist. Naja, war aber richtig halt. Ich wollte nicht, dass da plötzlich jemand reinkommt. Weil Grundling stand ich ja hinter ihr. Ich habe das ja mitbekommen, dass sie ihn weggeschleppt hat. Ja, und dann hatte sie gesagt, du hast mich beim Wiederbeleben gestört. Und da wollte ich dann halt... Ich denke auch, dass sie es aus Spaß gesagt hat, warum sonst es so... Reaper, you don't understand, is fun? Ach, man. Ach, man, jetzt geh bitte aus dem Weg, man. Ja, tu ich. Nachdem du aus dem Weg gegangen bist. So. Wenn jetzt irgendjemand einen Namen wechseln möchte, kann er dies gerne tun. Aber bitte erst in der nächsten Aufnahmesession, beziehungsweise in der nächsten Folge. Okay, dann... Ja, ich wusste jetzt nicht, dass du jetzt Bann hast, für den Namen wechseln. Ja, ich habe es gerade deaktiviert. Zumindest den Kick. Was mit dem Bann ist, weiß ich nicht. Na, Tricker Happy, bist du stolz auf dich? Ja. Ach, das ist ein Donner. 100-Dollar-Scheine. Ja, das ist die Geldgutmaschine, die hast du gefunden. Toll gemacht. Die können sich ja auch nicht. Glory. Man kriegt aber von den fucking Schaden, oder? Neeu, das soll die Erbel von Frick angeben. Aua! Nein, ich will nicht das Erbel. Das soll jemand anderes verarbeiten. Ja, aua. Surf mal ein Stück. inclouищ KLOOP! Taylor, was? Ich habe fast mit dem respectable giun gehört. Äh. Bois Sieg sich不好. Wollen sie das Erbel von Freak annehmen? Nein, danke. Nein, nein. Ah! Ah, er hat Freak! Da muss ich ja so sagen. Freak! Nein! Das heißt, wir töten Freak und Nawoka, aber... Sorry, Nabu, zu spät! Ja, aber ich bin ja nicht Freak. Echt? Sorry, ich hab nur das Fenster aufgeschossen. Ja, dann schiebst du auch mich! Ich hab... Lass mal! Lass mal alles! Warte! Herr Freak ist gar nicht dabei. Ich bin Inno, confirmed. Ach, was? Ja. Was? Wann war das? Fällt dir wirklich extrem früh auf? Call Dete, bitte. Deswegen sprach mir das Erbe von Friedrich. Ich war ja nicht da. Ja, ich bin ja... Das heißt, ich bin ja... Ich hab ja... Ich mach mal kurz noch... Call Dete, bitte zur Ex des Leiche. Äh, ich glaub, Julia hat auf mich geschossen. Danke. Er hat die Identität von deiner Frau. Und ja. Die hab ich da mal... Dann... No. Ich hab ihn getötetet, weil Nabu von dem gekippt worden ist. Ja, du bist... Du bist aber jetzt auch vom Detail her konfirmt drin. Du hast den Geist reingelassen. Das war nicht meine Absicht. Der kam mir so durchgewascht. Hey, guck mal. Das Haus ist 114 Jahre alt. Woher weißt du das? Halt! Das stand 1891 an der Tür. Nein, komm mal weg da. Also mit der Identität würde ich allerdings dann in meiner Nähe bleiben. Ja, wir haben uns verratiert. Warte, geht das hier auch noch? Bist du noch? Ah, hier, komm mal. Tisch kann man noch bewegen. Oh, viel besser. Hey, warte, warte, ich hab ne Bestriege, warte, ich hab ne Bestriege. Der geht auch. Moment, dann wüssten wir... Moment, ob das geht. Ah, Julia, schieß. Ja. Was? Den kann ich aber nicht aufheben. Oder habe ich jetzt aufgehoben? Müsstest du. Müsstest du aber aufheben. Nee. Ja, dann schmeißt du noch mal eben weg. Nee, lebst du noch? Oh, ich will den doch haben. Ja, du bist doch trotzdem. Ja. Du bist doch trotzdem, oder? Nee, bist wieder Cyber-Bot LP. Schade. Ich glaube, Snail wurde gerade von Jojo erschossen. Sag, was dein DNA-Scanner wieder haben. Nee, nee, ich hab ihn ja. Bleib stehen! Bleib stehen! Okay, noch stehen noch. Okay. Aber die Uniform hast du behalten. Das war cool. Jojo! Jojo! Hier liegen Leichen! Alter, dein Ernst! Ich hatte doch Jojo. Ich brenne gerade, ich sehe nicht. Oh, Digge, Alter, dein Ernst! Jojo! Nee, ich sag Jojo. Ich sag Jojo. Niemand reagiert. Niemand reagiert, Alter. Alter, wann? Wuh! Und dann hat's jemand anders gesehen, als sie nach draußen geflüchtet ist. Das war so cool. Immer diese Dach-Camper. Schlechte Idee, Cyber-Bot. Hast du Fade? Reaper, du bist die ganze Zeit mit dem Foggen gegangen. Ich bin die ganze Zeit mit dem Messer hinter dir gewesen. Wollte dir die Identität klauen. Aber du warst immer ein Stück hier zu weit weg. Aber ich bin doch nicht tot, Reaper. Wer war eigentlich mein Tick-Kollege? Ich. Bis gleich. Ich plapp! Ich bin die Tick-Kollege. Und sie hat sich einen Moment später umgedreht und habe mich mit ihr leider in die Tick-Kollege gesehen. Dann habe ich nicht gediegelt. 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 Du musst doch Sneaky sein. Aber Nabu, ich habe mich leider ein bisschen zu spät getroffen. Tut mir leid. So Sneaky kannst du ja dann nicht gewesen sein, wenn du tot bist. Wieso ich bin die ganze Zeit hinter denen hergerannt, ohne dass sie sich umgedreht haben? Genau als ich die Identität abrede, dreht sie sich um. Hm. Das ist dann aber nicht mehr Sneaky, wenn sie dich dabei klicken. Was du, du weißt. Dann ist meine Spät, dass sie sich umgedreht hat. Piu, Piu. Da, Nabu, was ist das? Ist da ein Just-Hoff. Hau, 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 hau. Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Hau, hau, hau. Hau, hau. Das ist total witzig. Das ist total witzig, wenn du eine Leiter runterkletterst, wenn du eigentlich runterkletterst und dann auch von der Leiter weggehst und dann einfach mal... Nein, nicht die Leiter. Hau, hau. Ich bin Usain Bolt. Ich bin Usain Bolt. Today. Ach, komm schon. Jetzt funktioniert das hier nicht. So your set-downs. Ist jemand für euch auch Usain Bolt? Ich glaub, Sneaky hat sich grad zu einem Prop gemacht. Äh... Hat er? Ich glaube ja. Was ist das oder das ist nicht? Dann fiel doch auf den Prop einfach. Du kannst auch mal zum Deutschen treffen. Ist irgendwo eine Diegel? Hast du eine Tatsache? Ich bin mir nicht sicher. Ist das Akkassos? Nein, 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 der lebt noch. Der ist gerade ihm runtergefallen. Ist jetzt jemand Proven? Nein. Ah, ein Zauber. Ist er jetzt Trainer oder was? Boink. Ist er jetzt Trainer? Nein, noch nicht sicher. Äh, Reaper, was war das? Ich hab mal ein Rifle in der Hand, hab über dich geschossen. Ein Rufler. Also, es kann auch sein, dass Reaper mir gerade ein Virus angehauen hat. Musst du husten oder was? Nein, noch nicht, aber es kam bis jetzt nur ein Sniper-Schuss auf seiner Seite. Ja, ich huste, ich huste. Reaper, es ist Reaper. Wo ist Reaper? Wo ist Reaper? Wo ist Reaper? Und nicht so nah an Jojo ran, bitte. Ja, die kuscheln hier alle mit mir. Jawoll, ja. Die reibt sich gar nicht so schön da dran, ne, Florian? Machen sie doch. Also, ich huste noch nicht bisher. Obwohl ich direkt nicht überall aus. Ich huste auch noch nicht. Ja, wir müssen alle ein bisschen Vitamin C nehmen. Okay. Wer könnte im Weinkeller sein? Geh weg, Flori, geh weg. Ah! Äh! Okay, im im Keller. Okay, im im Keller. Mein, glaub ich, ist er nicht. Ah! Hier wurde dann einer geschockt. Ja, ich war's. Hey! Okay, äh, Jojo hat mich, glaub ich, angesteckt. Ich bin proven. Ich hab kein Aktien mehr getrunken. Spannert! Geh weg! Du Sack! Wenn du huchst, geh weg! Ja! Au! Hey! Huch! Loi! Loi! Ich hab einen XP! Lass mich kurz noch... Hä? Okay, Geist, hilf mich! Wer war denn? Nawoka? Warst du? Nee, wann war aber mein Kollege? Wenn... Ja... Ich hab's doch gewusst. Ich hab einfach mal abgedrückt. Ich hab... Was? Nimm doch mal Schaden. Ich dachte mir so, ich mach mal was anderes. Was sonst nie einer macht. Und wir haben einen Dete. Also nehmen wir doch einfach mal den Virus. Ja! Wow! Der schießt doch nicht nur einmal. Der schießt nur einmal. Scheiße, dass das nicht funktioniert hat. Tolle Idee, auf jeden Fall. Oh, ich hab gehustet. Hä, jetzt? Ich wusste jetzt gerade. Ich wusste gerade. Ja, ja, ist normal. Sobald Preparing vorbei ist. Okay, jetzt. Das ist ein Schwachsatz. Ich bin... Ich bin unaufhaltbar. Ich hab einen Nege... Ah! Ein Nege. Wer hat so eine Tür im verdammten Friedhof an? Na, wann war? Warte, mit Disco. Das war... Ein Jojo war so klar. Ein Jojo war so klar. Ähm, ja, es geht wieder raus. Jojo, pass doch mal auf mit mir. Es geht dir die ganze Zeit Schaden zu machen. Hä, was hab ich denn getan? Ich hab nur einen Sieg! Ja, ja, das weiß ich nicht. Ja, und ich. Den Börse. Ja, ich bin nicht du. Bist du ich? Nein, du bist doch nicht ich. Nein, du bist doch nicht ich. Geist! Hey, lauf! Er ist hinter dir her! Lauf, Sneh! Er ist auf dem Weg! Ach, das ist gar keine Sargkasse. Sarg... Eine Sargkasse! Da ist der Geist! Eine Sargkasse! Sarg! Ah, ne, ne, ne! Boom! Na, Auto! Oh Gott, nein! Braust hier! Braust hier! Sag mal, Weepa, kochst du gerade ein? Ja, Weepa will mich erschießen! Er will! Oh nein! Weepa ist in diesem... Im Kamin! Äh, was macht ihr zwei? Äh, wir shoppen zusammen. Wir sind Traitor-Kollegen und Weepa ist unser Traitor-Kollegen und Weepa ist unser Traitor-Kollegen, weil wir hier hier sind. Wir, äh, ihn als Traitor gemacht haben. Mit der Unfähigkeit! Mit der neuen Traitor-Waffe! Traitor-Achthens! Ich hab drei HP! Scheiße! Kann sein, dass hier gerade irgendjemanden zivier gelegt hat und eine Super-Disco geworfen hat. Nein, Weepa hat eine... Ist bei euch gerade mein Voice an? Ne. Äh, Voice? Ne. Ja, Ingame. Ne, nein. Weepa ist 100%! Ja, ich hab ihn einfach mal! Hallo! Alles klar, jetzt! Alles klar, danke! Hallo! Hallo! Oh, er ist tot! Na, Snay! Hallo! Ah, lass das! Lass das! Okay, okay! Ah, da kommt ein Kanz! Komm, wir töten jetzt Flori! Das ist... Dann haben wir noch wenige Indos zu töten, Snay! Komm! 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 Mann! Stop! Mit so hat... Brüsselung ab! JTu oiit... Ei... So, Jujo! Io-Oiit... Oh my God! ... PS Sat... Oh niiiit... ich hätte einen Tab drücken für heute oh fuck wieso hab ich so inkompetente Mates wenn du sie bist sei mal voll ernsthaft nein das war nicht wahr der schießt zwei Leute ab und ich frag es nicht auf mir nicht hey das hat so mein Entertainment im Gegensatz zu dir kann ich sowas auch nicht gut aber du kannst was Aua man ohne Witz scheiße schade dass es nicht geklappt hat klick klick ist nicht gut klick 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 alter Schwede er schießt nicht weg wer dich Drop in der Hand hatte natürlich das geht so schnell oh man denk bitte immer noch an diesen Türrahmen-Bug und Fensterrahmen-Bug ich hab noch 5 HP gehabt Julio ich hab noch 5 HP gehabt Julio ich hab noch 5 HP gehabt Julio ist mir doch jetzt auch egal die Runde ist zu Ende schon kam es da unten ja das ist wahr ah das ist Kindergeschreie ne äh wuuh tipo tippa ist gut dddm ddm dann auf ihren schießt du Ich lebe noch. Sehste, du hast schon einen richtig tollen Hut, darf ich den haben? Nein. Bleib mal stehen, ich hab nur Magneto-Stick. Ja, 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 Snail ist frei zum Abschuss. Wo ist das? Bleib fern, bleib fern von mir. Warum? Hau ab von mir, warte mal weg hier. Vielleicht war das Exe selber, Reaper. Snail ist frei zum Abschuss. Das war Exe selber. Das war Exe selber. Und wenn Snail kein Traitor ist, wenn Snail tot ist und er ist kein Traitor, dann ist es Exe. Sorry, falsche Person, ja, ist doch gut. Ich hab ihn abgeschossen. Er ist doch tot. Ich hab noch zwei Leben. Ja, das ist... Er war Traitor. Gut, damit ist Exe konfirmt genug. Mich! Mich husten! Geht weg! Wer hat ihn abgeknallt? Jojo, alles klar. Ich hab noch zwei Leben. Wo ist die? Hier ist die Leiche. Ja, ja, die Call ist schon da. Flori, Navo oder Cyberbot. Weg da! Ja. Weg hier! Weg! Hau ab! Ja? Ah ja, stimmt. Du musst da... Ja, ja, ja. Leider keine Credits drin. Ach Mist. Jojo, ist falsch! Ne, Navo ist Cyberbot. Hä? Was ist die? Jojo ist es! Du hast gerade der Taube geworfen. Ich hab... Okay, Cyberbot oder Flori. Cyberbot oder Flori. Wann weiß es? Wann weiß es? Wann weiß es? Wieso? Scheiße. Wieso sagt ihr dann wann weiß Jojo wie sagst du einfach was? Weil ich den Schnee erschossen hab. Du hast echt extra einen Kollegen erschossen? Ja, der hatte nur fünf Leben. Und Jojo hat auch drauf geschossen. Sorry, Jojo, ich hab das an... da hinten gelesen und dachte, das ist kein Dama. Ja, klar. Ja. Ja, Alter, ach, wenn ich nur ganz kurz seinen Namen aufblinken sehe. Die beiden Namen haben so viel Ähnlichkeit. Ey, ich hab das Beste für du. War okay, war okay. Ich mein, die Chance, dass du überlebst, fand ich nicht mehr hoch. Ja. Aber ich hab manchmal noch richtig schon mit Hedgehammer. Aber leider konnte nur so viel rausräumen. Nee. Oh Mann, das ist Sehnung. Du wachst, okay. Du wachst, okay. Danke, rückst du die Shotgun. Äh, Exel. Okay. 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 Ich staucke Nabu. Ich staucke Nabu. Hey Nabu, Nabu, Guck mal, guck mal, guck mal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was ist denn der Risch ist zeigen? Einfach nein. Einfach nein. Ja. Ich hab nicht meine Diegel. Cool. Cool. Repa hab ich gesagt. Sind sie Repa? Nein, nein, nein. Ich hab nämlich deinen Shotgun. Ich geb doch an dem Däte nicht meine Diegel. Ich bin bescheuert. Hier lügen, hier lügen drum. Ich bin doch nicht. Soll der Däte mal suchen. Ja, wow. Hier gibt's zwei Diegel. Oh, 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 oh. Widerstand gegen Startgewalt. Das ist echt keine tolle Sache. Wo ist die zweite Diegel? Irgendwo draußen lag eine noch. Die Lampen sehen von oben aus wie Nickel. Nein, verboten. Die sind aus wie so Brüste. Was? Die Vergleiche sind super. Jo, setz dich oben auf so ne Lampe und Reaper hat eine Melonenmine geplantet. Was? Weißt du 100% nicht super war? Im Haus, wenn du die Treppe hochkommst, liegt eine Melonenmine. Sei vorsichtig. 100% Reaper ist mein Vater. Ja. Ne, ist auch. So, ich glaube, es hat auf mich geschossen. Nein, hab ich nicht. Ja, Reapers 2. Ja, Reapers 2. Hä? Kommt, hab noch. Voll Däte. Ja, hab's noch. Chill. Oder war das Syrio? Da oben. Da oben. Da oben ist die Melonenmine. Mein Gott. Ich leb noch. Keine Bange. Der hat keine Punkte gehabt, der Sack. Der Trader kauft ja direkt im Alles. Ist auch so, ich hab noch ein Orbital von ihm hier. Ja, schmeiß mir hin. Ein orbitalen Friendship. Leute, ich hatte grad, als die Flashlight anhatte, das Zielsystem von dem Orbital. Du bist erproven. Hey, Hexe. Als ich grad die Flashlight angemacht hab, ne, hatte ich grad das Zielding von dem Orbital. Hey! Okay, der da draußen ist was. Jojo. Ja, nein, 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 nein. Das ist... Wann war, wann war? Wann war? Der ist tot. Mitten... Wegdrehen, wegdrehen bitte! Nicht reingucken! Den hab ich gekillt. Oh, meine Fess! Ja, aber ich hätte dann alle getötet, wäre OBS nicht gewesen. Du wärst nicht alle gekillt, die noch nicht. Ja, das hätte ich aber geschafft, die waren ja alle in dem Raum. Da wär ich vorher durch Leute gestorben oder durch... Flori, du hast... Du gehst da weg und mit anderen reinkriegen. Jetzt ist mir egal, jetzt ist nur Preparing. Was? Ja! Was hast du gesagt, Jojo? Preparing! Kann ja auch nicht sterben. Ach, lass das heil. Preparing! Ich hab dich nicht blockiert. Oh, Sion! Oh, die ist für der Detective! Mr. Banner? Mr. Detector! Reaper! Spring nicht! Sion war da auf mich geschossen! Ah! Da hab ich jetzt mal keine Schuld, ne? Als du mit dem Shotgun springst. Ja, ja, spring mir mal die Schuld bei der Shotgun! Er ist da hochgegangen gar nicht. Reaper war nicht dumm gemacht, aber in der Sekunde hab ich wieder hochgeguckt. Der Detective fliegt auf dem Dach! Nice! Weil ich genug von diesen Nippel-Lampen hatte. Der Detective fliegt oder fliegt auf dem Dach! Er macht beides! Fliegt auf dem Dach! Ich bin auf dem Dach! Leute, ich bin auf dem Dach! Hallo, da draußen! Komm mal zurück! Ja, ja, ja! Hier bei den Gräbern! Hier an der Tür! Hallo! Bist nur da reingeguckt! Da kommst du von der Drucker-Drucker sonstwas dahin! Ah! Drucker, rein! Wo kannst du von der Drucker rein? Wohin? Na, Volker, rede mal! Ja! Dann ist es Jojo! Ich glaube, Jojo ist abgeknallt worden! Nein, nicht so weiter schießt! Keiner darf sterben! Dann ist es Jojo gewesen! Nur die beiden waren in diesem Raum! Jojo ist abgeknallt! Ey, Jojo ist bei mir! Jojo ist bei mir! Jojo schießt! Ähm! Jojo schießt! Okay, es klingt nach Jojo! Oder? Bin ich grad verwirrt! Also ich hab grad gesehen, dass Cyberbot geschossen hat! Auf Jojo! Ich weiß jetzt nicht! Ich hab nur gesehen, dass sie aufeinander geschossen haben! Ich bin grad verwirrt! Ich gerade auch! Aber einfach dahin, wo getötet wird und dann passiert schon was! Ich dachte, du wärst tot in der Woche! Kann man einer Cold Detective machen? Nee, nicht! Wann sollte ich denn gestorben sein? Gerade durch Jojo! Deswegen hab ich Jojo geschickt! Also! Jojo hat aber auch gerade auf... LOL! Auf Cyberbot geschossen! Leider war das intuitiv verdächtigt! Na wunderbar! Der Geist kann durch Türen gehen! Ui! Na klar! Ja! Der Geist kann durch Türen gehen! Ähm! Ja! Warum kann ein Geist durch Türen gehen? Gute Frage! Wann wann? Hm! 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 Na, ein Fall für Galileo! Mystery! Ja, ein Fall für die drei Fragezeichen! Mystery! Da 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 da! Da 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 da! Hey! Wo 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 wo! Irgendjemand hat gerade irgendwas auf mich gemacht! War was klar! Was machen sie am Friedhof? Meister Mann, ich traue immer nur um die Toten! Es ist noch keiner Tod! nur ausruhen und unterhalten die sachen machen ja auch ist die ob er nicht hat gar nicht ich nenne aber nicht geboxt obwohl er auf dem weg stand das ist der Partie gar nicht um eine Woche hat sie ein bisschen tun wir machen Partie auf dem Friedhof das ist da war ganz böse doch mal so ganz böse ich so Munter dieses Lachen es ist auch schlimm gibt es heute in tentative der pe smelling ich wollte mal Ihnen angekündigt eine tunedere den sökig Das ist ne fiese Kombi, Flori. Das war echt ne richtig, richtig viele. Alle sind draußen. Echse, was wissen das, wenn's fertig ist? Aber ich sehe nur noch Flori, beziehungsweise erzähl niemand mehr. Ah, das wird ein Mordwitziger. Echse plant ein Mord auf mich. Ist der Ex und wann war grad? Ah, ich werd angesch... Hast du's angesch... Echse, hast du grad Mann war getötet? Mann war? Okay. Ich würd' mal sagen, komm von deinem Dachlein da runter, du bist... Der ist oben irgendwo. Oh, Haas. Wow, nice! Wann war Abmoderation? Wann war Abmoderation? Ja, genau, die Abmoderation. Und dann würd' ich sagen, wir hatten viel Spaß in dieser Folge, war lustig. Ne? Und äh... Und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 声